Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelah und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chief Moon Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um den dritten Boss in Uldir und zwar um den Erfolg Heftig Heftig Heftig. Und für diesen müssen wir den fauligen Verschlinger in Uldir auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem alle Spielercharakter mindestens einmal heftiges Hauen abbekommen haben. Erstmal, was ist heftiges Hauen? Und zwar ist es hier so, dass der Boss normalen Millihit hat und auf das nächste Ziel vom Tanken, den Tank, gibt es das heftige Hauen. Das ist ein Angriff, der 300% Millischaden verursacht von dem normalen Angriff des Bosses und eigentlich auf den zweiten Tank immer geht, der ja immer beim ersten Tank steht. Eigentlich will man das nicht abkriegen. Hier ist es jetzt so, dass es jeder Spieler einmal abkriegen muss. Heißt, der eine Tank steht alleine am besten in der Säule, dass er nicht ins Nirwana gekriegt wird und ein Spieler nach dem anderen läuft rein und holt sich das Hauen ab. Wichtig hierbei, das macht 300% Millischaden. Stoffklassen werden hier wesentlich mehr Damage kriegen, weil sie dementsprechend weniger Rüstung haben. Ihr müsst euch alle eure Personal Death CDs genau für diesen einen Hit aufsparen, dass ihr das überlebt. Denn ihr müsst alle überleben, das zum einen. Und ihr müsst gucken, dass es wirklich jeder einmal abkriegt. Das heißt, jeder Spieler nacheinander muss reinlaufen und es abkriegen. Aber auch der aktiv tankende Tank muss es abkriegen, denn da muss der zweite Tank einmal abschotten, dass es der erste Tank einmal abkriegen kann, weil sonst würde er es ja nie abkriegen im Normalfall. Das war unser Fehler, deswegen mussten wir das Ganze hier zweimal spielen. Kleiner Tipp am Rande. Ihr müsst einmal alle überleben, sonst zählt es nicht. Ihr müsst den Schlag wirklich abbekommen. Immunisierungseffekte zählen hier nicht. Heißt, wenn ihr euch da reinstellt und eine Bubble drückt, dann kriegt ihr zwar den Hit ab, er ist immun und es zählt nicht für CG-Find. Also, Ice Block Bubble, nein. Bei Stoffklassen solltet ihr vielleicht Externals draufhauen. Heißt, einem Priester, gebt dem vielleicht nochmal eine Barkskin oder einen Life-Pakun oder irgendwie solche Sachen. Schaut, welche Klassen bei euch am schwächsten aufgestellt sind. Druids können alle in den Berg gehen, das ist gar kein Problem. Und sonst hat eigentlich jeder irgendwo ein Dev-CD. Macht das auf jeden Fall im Normal. Und macht die Rota durch, bevor der Boss auf 50% live ist. Ab 50% live macht der Boss sich einen Buff drauf, dass er zwar mehr Schaden bekommt, aber auch mehr Schaden verursacht. Heißt, wenn ihr dann euch da reinstellt, und das wird bei vielen Stoffklassen eh schon knapp sein, auch mit CDs, wird er auf jeden Fall euch aus dem Leben natzen. Dann schaut, dass ihr alle Leute vor 50% durchkriegt. Dann ab 50%, wenn alles durch ist, HT zählt und den Boss umbrezelt, dass wirklich keiner mehr stirbt. Sonst kann es halt sein, dass es nicht zählt. Sonst ist das Achievement relativ einfach. Bloß denkt daran, es müssen beide Tanks das abkriegen. Ihr müsst ein Tank-Switch einmal machen. Das war unser Fehler. Und dementsprechend habe ich das Achievement quasi beim ersten Mal verkackt, weil ich da einfach nicht drauf gekommen bin, dass ich als Main-Tank quasi auch den Second-Tank-Hit einmal abbekommen muss. Ja, das war es mit dem kurzen Video. Ich hoffe, dem ein oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.